einen schönen guten morgen guten mittag oder guten abend wünsche ich euch willkommen hier bei cheesestube zu einer neuen ausgabe von interessante youtube heute mit le floyd einem ziemlich guten und einigermaßen erfolgreichen comedian hier auf youtube und zwar ist le wie gesagt einfach ein comedian und ich würde zwar sagen entschuldige bitte falls es falsch ist so ein bisschen in cold mirror die außenseite hier dieser style also einfach richtige comedy und mir gefällt einfach seine art es kommt wirklich mir auch sympathisch rüber und haben auch wirklich einen guten schnitt seine videos er hat jetzt auch schon knapp 1100 abonnenten herzlichen glückwunsch auf diesen weg noch mal zu den tausend und ich würde mich wirklich freuen wenn ihn auch abonnieren würde denn er hat einfach verdient er ist wirklich ein super comedian und wie gesagt gerade eben die tausend abonnenten erreicht und ja würde mich wirklich freuen und ich denke er würde da auch ganz fröhlich drüber sein und dann dir einen schönen gruß floyd falls es siehst und bis zum nächsten mal hier bei cheesestube euer cheesy und ich bin hier jetzt raus